Wissen Sie, was der schwarze Strich auf dieser Art Verkehrsschild bedeuten soll? Nein? Dann geht es Ihnen wie vielen Autofahrern. Ein Fahrlehrer aus Dortmund hat mit einem TikTok-Video einen Volltreffer gelandet. Er stellt die Frage nach der Bedeutung der schwarzen Strichs auf Verkehrsschildern, die eine Autobahnausfahrt anzeigen. Die Auflösung verrät der Fahrlehrer unter seinem Account Fahrlehrer Vito und das Video geht mit mehr als 2,1 Millionen Views viral. Der schwarze Strich zeigt an, dass sich die Ausfahrt teilt. Fahrer, die zu den Orten oberhalb des schwarzen Strichs wollen, müssen sich nach dem Abfahren links einordnen. Die Orte unterhalb des schwarzen Strichs beziehen sich auf die rechte Ausfahrt. Für viele User scheint dieses Video ein Augenöffner zu sein, wie die Kommentare zeigen. 31 Jahre Führerschein, nicht gewusst. Wieso lernt man sowas nicht in der Fahrschule? Bin Berufskraftfahrer, ist dennoch neu für mich gewesen. Danke!